Hey Katzenfreunde, wisst ihr, wo sich eure Katze gerade herumtreibt? Wenn eure Samtpfote gerne draußen auf Entdeckungsreise geht, ist ein GPS-Halsband die perfekte Lösung, um immer genau zu wissen, wo sie ist. Heute stelle ich euch die besten GPS-Halsbänder für Katzen im Jahr 2024 vor. So seid ihr immer auf der sicheren Seite, egal wo eure Katze gerade unterwegs ist. Los geht's! Legen wir direkt los mit dem PAJ Pet Finder. Dieses GPS-Halsband bringt euch super schnell und präzise den Standort eurer Katze. Die mega coole Funktion, ihr könnt sogenannte Geo-Fencing-Zonen einrichten. Das heißt, wenn eure Katze einen bestimmten Bereich verlässt, bekommt ihr sofort eine Benachrichtigung. Und wenn ihr wollt, könnt ihr den Tracker auch mit der ganzen Familie teilen. So weiß jeder, wo die Katze gerade ist. Als nächstes haben wir den Fressnapf-GPS-Tracker. Hiermit könnt ihr eure Katze in Echtzeit verfolgen. Einfach zu bedienen und super hilfreich, wenn eure Katze mal länger draußen bleibt. Perfekt für alle, die ein benutzerfreundliches und zuverlässiges GPS-Halsband suchen. Jetzt kommt der Winnect XS GPS-Tracker. Das Besondere an diesem Tracker? Unbegrenzte Reichweite und wasserdicht. Ja, genau. Auch wenn eure Katze bei Regen unterwegs ist oder mal durch eine Pfütze läuft, bleibt der Tracker voll funktionsfähig. Ideal für abenteuerlustige Katzen. Und dann haben wir noch den Tractive Mini GPS-Tracker. Dieser Tracker geht noch einen Schritt weiter, denn er überwacht nicht nur den Standort, sondern auch die Gesundheit eurer Katze. Ihr könnt sehen, wie aktiv eure Katze ist und ob sie genug Bewegung hat. Ein echtes Rundum-Paket für eure Katze. Für alle, die gerne etwas längere Akkulaufzeiten wollen, ist der Kippie Evo GPS-Tracker perfekt. Neben der Ortung bietet er auch Aktivitätsüberwachung. So wisst ihr nicht nur, wo eure Katze ist, sondern auch, wie viel sie sich bewegt. Klingt doch super, oder? Jetzt wird's spannend. Der Giraffus Pro Tracker funktioniert anders als die anderen Tracker, denn er nutzt ein RF-Signal, also Funkwellen, um eure Katze zu orten. Und das Beste, ihr braucht keine SIM-Karte oder ein Abo. Einfach einschalten und los geht's. Perfekt für alle, die es unkompliziert mögen. Und zu guter Letzt, der Apple AirTag. Für alle Apple-Nutzer da draußen ist dieses kleine Gerät ein echter Game-Changer. Einfach am Halsband befestigen und über die Woist-App findet ihr eure Katze jederzeit wieder. Es ist super leicht zu bedienen und perfekt, wenn ihr schon im Apple-Ökosystem unterwegs seid. Wie ihr seht, gibt es viele großartige GPS-Halsbänder, die euch helfen, eure Katze immer im Blick zu behalten. Egal, ob ihr eine einfache Lösung wie den Apple AirTag oder umfassende Funktionen wie beim Tractive Mini sucht, für jeden Katzenbesitzer ist etwas dabei. Welche Lösung wäre für euch am besten? Schreibt es mir in die Kommentare. Vergesst nicht, das Video zu liken und meinen Kanal zu abonnieren für mehr Tipps rund um eure Katze. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ihr Katzenliebhaber.